Wir sind das Team Promising Six vom Gymnasium OMOR aus Hamburg. Wir sind Torben, Elena, Tom, Annika, Lukas und Judith. Unsere Produktidee heißt Chocolate. Es ist eine Schokolade für Schwangere, die mit Fosoren und Vitamin B12 versetzt ist. Es ist nicht nur ein Klischee, dass Schwangere während dieser Zeit gerne und viel Schokolade essen. Die Kombination passt daher perfekt.